Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Meine Videoreihe 1000 Fragen an dich selbst kam sehr gut bei euch an, was mich sehr erfreut hat, dass ihr überhaupt so Interesse habt, mich kennenzulernen, dass ihr die Fragen, die ich mir stelle, euch selber stellt und dass ihr so viel kommentiert und eure Erfahrungen teilt. Deswegen mache ich natürlich weiter mit der Videoreihe. Wundert euch nicht, falls ihr komische Geräusche hört. Bei uns wird gerade so ein bisschen rumrenoviert und gemacht und so ein Kram. Also es kann knallen und dies und das. Also ja. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr mein Make-up findet, bitte. Ich habe vorhin ein Video dazu gedreht. Das war richtig schlimm. Ich wollte sogar abbrechen, weil ich so aggro war, aber plötzlich war es hübsch. Ich denke so, danke Gott. So, ich habe mir die Fragen extra hier ausgedruckt. Ich habe sie vorher nicht durchgelesen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Trennst du deinen Müll? Ja. Ich habe eine Zeit lang, bevor ich Schatzi kennengelernt habe, null meinen Müll getrennt. Also gar nicht. Ich habe gar nicht so ein Umweltbewusstsein gehabt, muss ich sagen. Und mit der Zeit kam das dann wirklich, dass ich wirklich radikal meinen Müll trenne. Also Biomüll, schwarze Tonne, gelber Sack, Papiermüll, Glasmüll, Altkleidersammlung und, und, und. Also man kann nicht in allem perfekt sein und, und sowas. Und ich finde es immer schade, dass bei Influencern auf alles irgendwie so gegangen wird. Oh, du benutzt Q-Tips, die man nicht recyceln kann. Oh, du isst Fleisch anstatt Biofleisch, bla. Du hast so viel Plastikmüll. Ich finde, jeder kann sich so viel Mühe geben, wie er meint, es zu tun. Ja, ich finde Mülltrennung wichtig. Ich versuche das meinen Freunden auch immer so ein bisschen. Ich versuche sie zu nerven. Ich trenne auf jeden Fall meinen Müll. Warst du gut in der Schule? Das war sehr wechselhaft. Also ich habe, ich bin intelligent. Denkt man gar nicht. Ich bin mit dem Alter ein bisschen verblödet, muss ich ehrlicherweise echt sagen. Aber ich habe auch mal einen Intelligenztest gemacht, der war überdurchschnittlich gut. Wobei, da war ich jünger und Intelligenztest sagt ja auch nicht so viel aus. Fleisch kann sehr, sehr viel gut machen. Und ich war eigentlich immer eine relativ gute Schülerin. In der Realschule fing es an, dass ich Depressionen bekommen habe. Und da war es echt schlecht. Da habe ich Realschule 3.0 gemacht. Und das ist ja so ein Ego-Ding bei mir, warum ich jetzt in meinem hohen Alter mit 27 noch Fachabitur machen möchte. Weil Realschule 3.0 entspricht einfach nicht dem, was ich bin. Ich habe jetzt mein Fachabi angefangen. Das musste ich dann wegen meiner Hand-OP, die ich hatte, aufwenden. Da hatte ich einen Schnitt von 1.6, 1.7. Und es war auch damals schwierig in der Realschule, wenn die Lehrer, die haben das nicht verstanden. Und Depressionen und stell dich nicht so an. Aber es war echt krass damals. Da habe ich, ich war so sensibel, ich habe schlechte Nachrichten gesehen und die ganze Nacht geweint. So weißt du, wie ich meine. Also ganz komisch. Das war der einzige Zeitpunkt, wo ich nicht so gut in der Schule war. Ansonsten war ich immer eine relativ gute Schülerin. Zwar ein bisschen verplant. So Pünktlichkeit und Regelmäßigkeit sind Schwächen von mir gewesen auf jeden Fall. Aber fleißig und mündlich beteiligen und so gar kein Ding. Also doch, ich war schon gut in der Schule. Wie lange stehst du normalerweise unter der Dusche? Meistens dusche ich ohne meine Haare. Also ich mache Haare und Körper separat voneinander. Wenn ich nur körpermäßig mache, kommt drauf an, mit Rasur, ohne Rasur. Keine Ahnung, die ist zwischen 15 und 30 Minuten oder so. Ich gucke halt nicht auf die Uhr. Glaubst du, dass es außerirdisches Leben gibt? Also ich weiß nicht, ich bin ja auch ein bisschen manchmal naiv. Also ich glaube, warum nicht? Also was spricht dagegen? Also klar nicht so, wie es im Film und so dargestellt wird. Aber ich wüsste nicht, warum es nicht so sein sollte. Warum sind wir die einzigen Lebewesen im ganzen Universum? Weißt du, wie ich meine? Um wie viel Uhr stehst du in der Regel auf? In meinem Leben gibt es keine Regeln. Mein Leben ist dramatisch, durcheinander, chaotisch. Durch meine Selbstständigkeit kann ich es mir aussuchen. Und es wechselt. Manchmal stehe ich um sieben auf, manchmal um acht. Manchmal stehe ich auch erst um elf auf, weil ich bis um vier, fünf Uhr morgens gearbeitet habe. Also es kommt immer darauf an, wie ich den Tag über gearbeitet habe. Manchmal habe ich Phasen, in denen ich nachts extrem gut arbeiten kann und kreativ bin. Also es wechselt immer. Es ist sehr, sehr verschieden. Aber im Moment so immer zwischen acht und neun. Feierst du immer deinen Geburtstag? Also seitdem ich mit Schatzi zusammen bin, seit dreieinhalb Jahren schon. Aber davor so ein bisschen. Aber ehrlicherweise, das sind private Fragen. Also ich habe sie ja vorher nicht angeguckt. Also ich mag meinen Geburtstag nicht so gerne, muss ich sagen. Also hört ihr das? Genau das meinte ich mit Baugeräuschen. Ich habe immer so eine Geburtstagskrise. Also ich bin meistens an meinem Geburtstag traurig, weil ich freue mich gar nicht so sehr, dass es mich gibt, muss ich sagen. Weißt du? Und deswegen feiere ich den nicht so. Also seitdem Schatzi da ist, hat er mir wunderschöne Geburtstage gemacht, die echt toll waren und wow. Aber trotzdem habe ich immer so eine kleine Krise vorm Geburtstag. Jetzt sowieso, ich bin 27. Ich denke langsam so, ey Mädel, du bist bald 30. So fang mal an, ein bisschen erwachsener zu werden. Was, Digga, Mega? Allgemein feiere ich meinen Geburtstag nicht unbedingt so doll. So, wie oft am Tag bist du auf Facebook? Gar nicht so viel. Also auf Instagram und YouTube und so viel mehr. Wenn ich auf Facebook bin, dann meistens, weil ich dort eine Gruppe nur für Frauen gegründet habe. Das fand ich damals ganz schön, sodass Frauen dort Freundschaften schließen können, sich austauschen können. Und da gucke ich dann gerne mal rein. Den Link findet ihr in der Infobox. Und ansonsten auf meiner offiziellen Facebook-Seite. Aber ganz wenig, um so zu stalken und rumzuscrollen. Ich poste da auch nichts Privates, weil alles, was ich Privates poste, poste ich auf meinen Social-Media-Kanälen wie Instagram, meine offizielle Facebook-Seite. Also privat bin ich auf Facebook gar nicht mehr unterwegs so. Welchen Raum in deiner Wohnung magst du am liebsten? Mein Herzchenzimmer, Diggis. Normal, mein Herzchenzimmer. Mein Bettchen, weil Schatzi und Babypopo da sind, aber mein Herzchenzimmer. Ja. Wann hast du zuletzt einen Hund oder ein anderes Tier gestreichelt? Vor 20, 30 Minuten. Babypopo, mein Hanti-Hanti-Burm. Was kannst du richtig gut? Ich glaube, ich kann gut schreiben. Manchmal. Eigentlich würde ich gerne ein Buch rausbringen. Ich habe viele Ideen, auch für die Arten des Buches. Nicht so Romanen oder so, aber so Kurzgeschichten, Gedichte, Texte, sowas. Also ich habe wahnsinnig viele Ideen, aber ich konnte mich noch nicht dazu überwinden, mich wirklich hinzusetzen und dran zu arbeiten. Würdet ihr ein Buch von mir kaufen? Wenn ja, warum? Schreibt mal gerne in die Kommentare. Also ich glaube, ich kann gut schreiben. Und ansonsten, ich weiß gar nicht, was ich so richtig gut kann. Also ich bin kuschelig. Also ich weiß nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich wirklich richtig, richtig gut kann. Ich glaube, schreiben. Ich kann wahnsinnig schnell lesen. Also wirklich überdurchschnittlich extrem schnell. Aber sonst wüsste ich nicht. Wen hast du das erste Mal geküsst? So ein Vollidioten mit blauen Haaren, habe ich im letzten Video sogar erzählt. Ne, in einem FHQ-Video, stimmt. So ein Idiot mit blauen Haaren, der eigentlich ein Arschloch war. Welches Buch hat einen starken Eindruck bei dir hinterlassen? Mal zu meinen Büchern gucken. Chatar, Alles oder Nichts, auf jeden Fall, so seine Biografie. Hat sogar einen Satz, den ich mir tätowieren lassen möchte. Wer seine Träume leben will, der darf nicht schlafen. Katrin Wessling, ihre Bücher finde ich wahnsinnig inspirierend und gut. Tolle Autorin. Fund nur auf Instagram, ich hier auch. Ist eine ganz tolle Frau. Die Bücher von Hermann Scherer haben mich auch extrem inspiriert. Ich habe ihn auch schon persönlich getroffen. Er hat mich sogar schon unterstützt mit Autogrammkarten und sowas. Die Bücher fand ich sehr inspirierend. Ja. Ihr könnt mir gerne schreiben, wenn ihr Bock habt, dass ich ab und zu so Bücher vorstelle in meinen YouTube-Videos. Das habe ich am Anfang der YouTube-Zeit gemacht, aber die kamen nicht so gut an, die Videos. Also ich weiß gar nicht, lest ihr in eurer Freizeit so? Ihr könnt ja die ganze Zeit, während ihr das Video guckt, mitkommentieren. Das würde mich freuen. Aber das wären jetzt so Bücher, die mir einfallen von diesen Autoren. Wie sieht für dich das ideale Brautkleid aus? Habe ich mir noch gar nicht Gedanken zugemacht. Das Ding ist ja, ich kann nicht so gut auf hohen Schuhen laufen. Ich müsste das erst mal üben. Dann habe ich meine Arme komplett tätowiert bis hierhin. Was ich im Nachhinein bezüglich eines Brautkleides sehr, sehr schade finde. Also wenn ich es nur in Bezug darauf sehe, hätte ich es gerne rückgängig gemacht, weil ich finde das... Ich hätte es schöner gefunden ohne. Ich weiß gar nicht, also das ideale Brautkleid. Nicht zu kitschig, nicht zu pompös. Sexy, romantisch, schöne kleine Details so. Boah, das wird auch eine Challenge, das zu finden. Viel Spaß. Fürchtest du dich im Dunkeln? Ja. Welchen Schmuck trägst du täglich? Meine Herzchenringe. Also die habe ich mir selber gekauft und die hat Schatzi mir geschenkt. Die trage ich täglich. Mögen Kinder dich? Ich glaube schon. Obwohl ich so eine dunkle Ausstrahlung habe und immer böse gucke, habe ich manchmal das Gefühl, dass Kinder mich mögen. Das finde ich dann süß und freue mich darüber, weil Kinder so etwas Herzliches haben. Auch wenn ich nicht so gut im Umgang damit bin, bemühe ich mich. Aber ich glaube, sie mögen mich. Also das, was ich bisher in Erfahrung gebracht habe. Nicht extrem krass, weil ich ja nicht so super freundlich und verspielt. Und ich habe nicht so eine freundliche Ausstrahlung leider, muss ich sagen. Ich habe echt so eine komische Ausstrahlung. Aber ich glaube schon, dass sie mich ganz okay finden. Welche Filme schaust du lieber zu Hause auf dem Sofa als im Kino? Alle Filme. Also ich gehe nicht so gerne ins Kino, weil der eine labert, die andere kichert. Die lachen, die essen ihr Popcorn laut, die sind am Knutschen. Und nee, ich bin auch nicht so ein lauter Lacher. Also echt selten. Und dann hänge ich teilweise im Kino so... Ich weiß, so eine Szene, wo... Twilight habe ich im Kino geguckt. Da zieht Jacob sich aus und alle Weiber... Und ich hänge so... Bra, chill. Als Edward sich oben ohne ausgezogen hat, hänge ich da auch. Edward so krass glitzert in der Sonne. Aber ich gehe selten ins Kino. Und wenn muss der Film echt krass sein? Ich gucke die meisten Filme lieber von zu Hause aus. Wie mild bist du in deinem Urteil? Kommt auf die Sache an, über die ich urteile. In meinem Urteil über mich selber bin ich sehr, sehr hart. Im Urteil mit anderen bin ich schon sehr validierend und offen, aber immer ehrlich. Und im Urteil, wenn man mit mir zusammenarbeitet, ist es schon sehr, sehr kritisch. Also ich bin freundlich und respektvoll. Das ist Hammer wichtig, sei es als Chefin oder sei es, wenn man gemeinsam an etwas arbeitet. Aber ich bin... Business ist Business und Privat ist Privat, so weißt du. Deswegen könnten viele meiner Freunde nicht mit mir zusammenarbeiten. Weil wenn wir an etwas arbeiten, arbeiten wir, Digga. Dann werden wir nicht die ganze Zeit rumlabern und dies und das. Sondern Business ist Business, Privat ist Privat. Schläfst du in der Regel gut? Geht so. Also es kommt drauf an. Ich schlafe... Nee, eigentlich mittelmäßig. Seit dem Rodi bei uns im Bett schläft, wofür ich mich entschieden habe, schlafen wir eigentlich nicht so gut. Aber wir wollen ihn jetzt auch nicht mehr rauswerfen, weil der macht sich halt komplett breit über das ganze Bett. Und also eher so mittelmäßig. Was ist deine neueste Entdeckung? Meine neueste Entdeckung, Diggis, habe ich heute auf den Augen drauf. Das ist so ein Glitzer-Eyeliner. Das habe ich zum ersten Mal in meinem Leben benutzt. Ich habe es leider zu dick gemacht. Aber das ist tatsächlich meine neueste Entdeckung, an der ich Spaß und Freude habe. Normalerweise nehme ich immer 20 Fragen. Heute nehme ich mal 30. Ihr habt euch gewünscht, dass ich mehr Fragen mit einbinde, damit es länger ist. Glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Ja. Also ich glaube zum Beispiel daran, ich weiß nicht, wie es im Christentum ist, aber im Islam ist es so, dass... So, du bist tot, dann sprichst du ein bisschen mit Gott. Und dann sagt er, ey, du hast die und die Sünden gemacht, so bla, geh bis hin in die Hölle und danach kommst du in den Himmel. Und lebst dort in Ewigkeit mit den Menschen weiter, die du liebst. Und in diesem Sinne glaube ich an ein Leben nach dem Tod. Auf wen bist du böse? Auf niemanden, glaube ich. Also die meisten Menschen sind mir nicht nah genug, als dass ich ihnen böse sein könnte. Oder dass es mich so berührt, dass ich ihnen böse bin. Letztens hatte ich kurz etwas, wo ich auch eine Followerin böse war. Da schrieb sie mir, ob ich sowas teilen kann. Es ging um eine Vermisstenanzeige. Und ich habe ihr geschrieben, was ich jedem Menschen schreibe, der mir sowas schickt. Bei Spenden aufrufen, Vermisstenanzeigen, sowas. Ich habe geschrieben, tut mir leid, aufgrund schlechter Erfahrungen teile ich sowas nicht. Ich wünsche trotzdem alles, alles Gute. Und dann schrieb sie mir, ja, ich bin hammer enttäuscht von dir. Krass, sowas hätte ich nie erwartet. Scheiß auf deine schlechten Erfahrungen. Hier wird jemand vermisst und du teilst das nicht. Was bist du für ein schlechter Mensch? Naja, kann man nichts machen. Und da war ich kurz echt angepisst, weil ich dachte mir so, Digga, wenn ich Spenden aufrufe, Krebspetitionen, Vermisstenanzeigen teile auf Social Media, mache ich das nur grundsätzlich von selber, weil ich mit sowas schon ganz böse auf die Fresse gefallen bin. Sei es Sachen, ich habe einige Fälle gesehen, wo Spendenaufrufe verarsche waren, wo Vermisstenanzeigen verarsche waren, wo es gab so viele krasse Fälle, die ich gesehen habe und teilweise auch echt schlechte Erfahrungen damit habe. Und dann kommt jemand zu mir und beschimpft mich, weil ich freundlich sage, sorry, ich teile sowas nicht, es tut mir leid, aber ich habe da nun mal meine schlechten Erfahrungen. Da war ich kurz pissig, aber sonst so ist mir das meiste egal, als dass ich auf jemanden böse wäre. Fährst du häufig mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Nö, also Zug ab und zu, aber sonst? Was hat dir am meisten Kummer bereitet? Ja, wann und wie und wo, aber ich glaube, den meisten Kummer in meinem Leben hatte ich wegen mir selber und wegen Monstern im Kopf, die man halt so hat. Bist du das geworden, was du früher werden wolltest? Nein. Also, ich bin einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Ich hätte nie gedacht, dass YouTube und ich und öffentliche Personen und Leute wollen Autogramm von mir. Jetzt im kleinen Stil öffentliche Person, ne? Aber Leute freuen sich, fremde Menschen, weil sie meine Videos gucken, das gibt mir auch oft Kraft und Motivation. Freuen sich, weil ich was unterschreibe. Das ist heftig, damit hätte ich nicht gedacht, aber ich weiß gar nicht, was ich früher werden wollte. Aber ich habe es mir schon anders vorgestellt, als so wie es jetzt ist. Also bin ich, glaube ich, nicht das geworden, was ich werden wollte. Seid ihr das geworden, was ihr werden wolltet? Also, schreibt mir das gerne mal. Zu welcher Musik tanzt du am liebsten? Hip-Hop. Ich tanze immer wie so ein Mann. Ich kann gar nicht so sexy weiblich bla bla tanzen, sondern ich tanze wie so ein Rapper und rapp dann immer mit. Welche Eigenschaft schätzt du an einem Geliebten sehr? Humor, Offenheit, Loyalität. Loyalität ist für viele ein Fremdwort. Einfach den Halt des Menschen, die Loyalität, Liebe, sowas. Also an Schatzi gibt es wahnsinnig viel, was ich schätze. Was war deine größte Anschaffung? Also ich glaube, die größte Anschaffung in meinem Leben war Rodi, weil das ist halt eine Anschaffung, die du für dein ganzes Leben nimmst. Oder hoffentlich ganz, ganz, ganz lange. Und deswegen war er die größte Anschaffung von Schatzi und mir. Oh, baby. Gibst du Menschen eine zweite Chance? Selten. Selten. Also es gibt wenig Menschen, die ich extrem nah an mich ran lasse und bei denen, es kommt immer drauf an. Geht so. Und wenn, dann mit unter Vorbehalten, mit einer Distanz, die man glaube ich nicht nochmal hinkriegen kann. Also sehr, sehr selten, wirklich zu 100% komplett richtig. Also ja. Hast du viele Freunde? Also ich möchte auch gar nicht so viele Freunde haben. Also ich habe, erstens konzentriere ich mich auf andere Sachen. Ich habe viele Menschen, wo ich mich andocken kann, einschließen kann, integrieren kann, mit denen was machen kann. Aber ich bin da wirklich ein ganz, ganz komischer Typ. Also ich sage immer, hasserfüllte Einzelgänger. Wenn ihr dazu mal ein Video haben wollt, weil das wäre ein ganzes Videothema, mache ich euch das gerne. Aber ich habe sehr eigene Ansichten zu Freundschaft und bevor ich meine Zeit mit jemandem verbringe, der nicht so ist, der vielleicht über mich lästert hinten rum, der nicht loyal ist, der nicht ehrlich ist, der mich ausnutzen will, der, keine Ahnung, oder nur so oberflächliche Freundschaften, um was mit Freunden zu machen, mache ich lieber was alleine. Also nee, ich habe Schatzi, das ist mein bester Freund, das ist mein Partner, das ist so, der ist auf wahnsinnig vielen Ebenen für mich etwas. Ich habe meinen Hund, das ist auch mein Freund, Freund. Die Kleine, meine kleine Schwester ist für mich meine Freundin, Schwester, meine Mutter, ich habe eine beste Freundin und einige Freunde so, aber ich habe nicht viele Freunde, bewusst nicht, weil ich, wenn ich sowas eingehe, ist es sehr intensiv und das möchte und kann ich nicht mit jedem Menschen und wie gesagt, ich habe da halt so eigene Ansichten. Also nee, wenn dann richtig und von Herzen und wenn ich mich irgendwo einklinken will, klinke ich mich halt ein, ja. Ja, Diggis, das waren jetzt 30 Fragen, trotzdem ging das sehr, sehr schnell, ihr könnt mir gerne eure Ideen und Kommentare kommentieren. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei dieser Videoreihe, während ich die Fragen beantworte, einfach ganz viel mitkommentiert, eure Antworten, eure Gedanken, eure Erfahrungen und sowas alles. Ja, ich finde diese Videoreihe auch interessant und freue mich echt, dass ihr Spaß dran habt. Also ich lese die Fragen vorher nicht und merke ja manchmal, lese ich das und denke so, krass, das ist halt echt privat. Wenn jetzt etwas dabei wäre, was ich wirklich nicht öffentlich beantworten möchte, würde ich es nicht tun, ich würde es euch sagen, aber ich zeige euch ja das, was ich möchte, was ihr von mir kennenlernt und ich finde, es ist wichtig, dass ihr mich kennenlernt, weil ihr seid meine Community, ihr unterstützt mich, ihr folgt mir. Mein ganzer Social-Media-Kram geht nur mit euch und ich bin sehr stolz, dass ich euch habe und freue mich, dass ihr mich kennenlernen wollt, so ein Update-mäßig. Nein, Spaß. Ja, Digis, das nächste Video mit Fragen wird kommen, ich meine, es sind tausend Fragen. Ich bin selber sehr gespannt auf die Fragen, weil sie regen auch mich zum Nachdenken an und ich weiß nicht, manchmal ist es vielleicht auch gut, sich selber nochmal so ein bisschen kennenzulernen und zu finden und sowas alles. Ja, in diesem Sinne, ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare und Gedanken. Lasst mal einen Daumen nach oben auf korrekter Bruder und in diesem Sinne, Digis, bedanke ich mich sehr bei euch fürs Zuschauen und ich freue mich auf eure Kommentare und sage Tschüsschen. Tschüsschen mit Küsschen und auf Wiedersehen.